Chi Chi und ich das immer machen Nein! Und das Symbol war so anwesend Was geht Freunde da aus Matt? Wir switchen rüber und let's rock Die Figur... Nein, so schnell Kann's keiner nicht schließen Oh komm schon Dad, das reicht für heute oder? Pff, genug geheult Scheiße Du schlägst wie ein kleines Die Stimme von Vegeta ist so krass, die hätten sie in der Serie nehmen sollen Alter, in Twang Ball super Mädchen, genug Training Du bist echt ne Enttäuschung Schluss für heute, ab nach Hause Wir werden sehen, wer wie ein Mädchen schlägt Dad Watz ab Oh nein, was passiert Oh, was ist denn jetzt los? Alter, mach den auf Ranma Oh nein Oh nein Oh nein Ist die Stimme noch männlich geblieben Es ist schon fertig, ich hab Hunger Ja, es steht auf der Theke Warte mal eben Oh mein Gott, was ist das? Ich tue gar die Presse, Mann Früher morgen, hör auf zu schreien Oh nein Aber Vegeta, was aber alles in der Welt ist hier los? So wie's aussieht Hat meine Frau in der Midlife Crisis Aber Vegeta, du hast nicht der Fall gerade die, äh, fall gerade die Zeitpunkt um Schlauere zu spielen Hast du dich mal angesehen? Deine Bubis sind größer als meine Oh oh, jetzt wird's ernst Genauso wie dein Hinter Wie kann der das nicht merken, wenn der die Arme da drunter hat Oah Was, was zum Arsch Ich kann das nicht ernst nehmen Ja, hier sollte man ja auch nicht anfangen Wie ist das passiert? Diese Pose Oh nein, oh nein, ich hoffe, der hat die Dragon Balls benutzt. Das hier auf deinen Arsch. Jetzt richtig geraten, ich nutzte die Dragon Balls, um die Angelegenheit zu verwandeln. Drunks, find die Dragon Balls und bringe das sofort in Ordnung. Ja, die funktionieren ja jetzt erstmal ne Weile nicht, ne? Oder Hausarrest fürs Leben, junger Mann. Oh, shit. Aber, aber, kein aber. Ja. Also hast du jetzt, na gut, die Dragon Balls haben drei Wünsche, ne? Oder es waren zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Oder waren es auf drei abgecratet worden, zwei. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind sie jetzt mindestens sechs Monate down. Scheißkind. Versuch es so zu sehen, Schatz. Vielleicht kannst du endlich lernen, wie es ist, eine Frau zu sein. Ich glaube zwei waren es, bei Z waren es doch zwei bloß noch. Weil halt der Wunsch da noch dazwischen kam. Dieses mit dem Wiederbeleben. Mehrere Menschen auf einmal. Und da waren es ja bloß noch zwei. Das heißt sechs Monate, wenn er nur eingenommen hat. Oh mein Gott, könnt ihr bitte mit diesem Lärm so früh am Morgen aufhören? Ja, wenn die das jetzt sieht. Oh mein Gott, Dad. Oh Gott, ich will nicht, dass du mich so siehst. Ich bitte. Dann wenigstens reihe doch wie eine Frau. Ich beholfe dich, ich erklär's dir. Also, du bist jetzt eine Frau, was, Dad? Oh, geil. Da gibt's überhaupt... Die arme Bulma, Alter, wie will die noch mehr Kinder haben? ...und warum sind wir überhaupt unterwegs? Ich will in der Öffentlichkeit nicht so gesehen werden. Oh nein. Na weh, jetzt macht er das auch wie eine Frau. Er kann sich ganz gut in die weibliche Rolle reinversetzen. Kannst du nicht die ganze Zeit rumlaufen, Vegeta. Du brauchst ein vernünftiges Outfit, wenn du... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, will ich denen jetzt ein Kleid kaufen oder was? ...ausgehen willst. Oh mein Gott, yes! Das bedeutet, wir haben ein Girls' Day mit Shopping. Oh nein. Bald Ende. Bitte lass mich sterben. Oh scheiße. Naja, das sieht sexy aus. Oh Gott. Vor allem mit einer Fliege in den Augen um den Hals. Das hat so Spaß gemacht. Wir müssen das irgendwann wieder beruhigen. Oh nein. Das ist der tödliche Trommel, weil der sich in eine Super Saiyajin verwandelt. Und die Dinger mitwachsen, Alter, die ganze Zeit als Waffen verwenden. Oh, ist der kleine Prinz etwa eine zu? Heizfressbrett. Hey Leute. Oh oh. Yo, Vegeta. Ja, wie geht die? Was schaust du denn so blöd, du Kackwugel? Ähm. Was ist denn in meiner Hose los? Oh oh! Ich schreiss mich ein. Nee. Was ist denn mein Ruf? Ich muss mich nicht mehr sehen, du schüttelst. Nee, nee, nee. Oh nein, jetzt wird es ernst hier. Ich brauche Wasser, Alter. Ich habe eine super Idee. Lass uns im Schlafzimmer trainieren. Oh ja. Chichi und ich das immer machen. Und das sind Pulmars Anwesende. Oh Gott. Niemand nimmt mir meinen sexy Prinz weg. Prinzessin, woher? Nein, das ist jetzt viel zu lustig. Ja, hätte ich auch gemacht. Hey, noch nicht abschalten. Ja, das war es, Alter. Das war zu geil, Alter. Vor allem das Ende. Oh mein Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht gefallen abonnieren. Nächste verabschieden mich und mit damit raus. Ja, das war es, Alter. Und das war es, Alter. Sehr gut. Ja, das war es. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal.